Er ist so gut, wie er aussieht. Und das wohl erfolgreichste Auto seiner Klasse. Peugeot 205. Kraftvoll und komfortabel. Der Löwe unter den Kompakten. Peugeot 309. Kommt im Zivil genauso gut an, wie im Rallyeanzug. Peugeot 405. In der oberen Klasse trifft man souveräne Entscheidungen. Der neue Sechser, Peugeot 605. Seit 100 Jahren erfolgreich im Automobilbau. Peugeot. Im Zeichen des Löwen. Überall. Im Zivil 자연.